Hi, hier ist wieder Chris und in diesem super kurzen Tutorial zeige ich euch, wie ihr in OpenOffice Kalk die Fibonacci-Zahlen oder die Fibonacci-Folge berechnen könnt. Fibonacci war übrigens ein Mathematiker oder Kaufmann, der so um die 1200 gelebt hat und die nach ihm benannte Fibonacci-Folge entstand, als er berechnet hat oder berechnen wollte, wie schnell sich wohl Kaninchen nach einer gewissen Zeit vermehren würden. Die Fibonacci-Zahlen oder die Fibonacci-Folge steht übrigens auch in einem sehr, sehr engen Zusammenhang mit dem goldenen Schnitt, welche wir von den Proportionen her als sehr harmonisch und schön empfinden. Ihr seht hier übrigens schon ein paar Zahlen aus dieser Fibonacci-Folge und wenn wir uns das mal hier genau anschauen, dann sehen wir schon, ja hier ist eine 1, hier ist noch eine 1, eine 2, 3 und so weiter. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann ist das eigentlich absolut einfach, das hier nachzuvollziehen. Und zwar müsst ihr euch nur diese Zelle hier angucken mit dieser Zahl. Im Prinzip wurde nichts weiter getan, als diese beiden Zahlen davor zu summieren. Das heißt, 1 plus 1 ist 2. Wenn ich jetzt 1 plus 2 nehme, kommt 3 raus. Wenn ich 2 plus 3 nehme, kommt 5 raus. 3, 5, 8, 5, 8, 13 und so weiter. Also ihr seht, 8 plus 13 ist 21. Und genau so wird das Ganze gerechnet. Das heißt, ich schmeiße das mal ganz kurz raus und wir werden einfach mal hier in Zelle A1 mit der ersten Zahl anfangen. Das war eine 1, dann kam noch eine 1 und jetzt werden einfach ab hier diese beiden Werte summiert. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, klicke auf die erste Zelle A1. Der Wert wird ausgelesen, also eine 1 sozusagen ausgelesen. Und das Ganze plus dieser Zelle hier A2. Das heißt, ich klicke hier rein oder schreibe A2. Das geht genauso. Und drücke Enter und wir bekommen jetzt 2 raus. Das Coole ist, wir haben jetzt hier, ich klicke hier nochmal doppelt drauf, relative Bezüge. Das heißt, wenn wir die Formel jetzt hier im Prinzip runterziehen, über den automatischen, also über den kleinen Anfass her, das Ganze runterziehen, dann passen sich die relativen Bezüge natürlich der Zellposition an. Ich drücke mal kurz Enter und wenn ich die jetzt hier nehme und runterziehe, dann achtet mal drauf, wie sich das Ganze schon ändert. Wir haben hier nämlich schon unsere Fibonacci Zahlen. Das heißt, wenn ich hier doppelt draufklicke, dann seht, dann werden einfach nur die beiden Zahlen da drüber summiert. So einfach ist das. Das mache ich jetzt hier unten auch nochmal. Doppelt klick und ihr seht, die beiden Zahlen da drüber werden einfach summiert. Ich werde das Ganze jetzt mal bis 50 machen. Das heißt, ich habe jetzt extra keine Spalte davor gesetzt mit der Nummerierung, weil wir haben ja hier schon die Zeilennummern. Also nehme ich einfach diese Zelle hier und ziehe das Ganze mal runter bis 50. Ihr könnt das natürlich noch viel, viel weiter ziehen. Ich mache das jetzt einfach mal mal bis 100, damit ihr mal seht, wie schnell die Zahlen auch größer werden. Ich lasse hier jetzt mal die Maus los und dann sehen wir, dass man nur Raute-Symbol, das hängt damit zusammen, weil die Zahl natürlich extrem groß ist und gar nicht hier mehr dargestellt werden kann. Mit einem Doppelklick hier zwischen den beiden Spaltenköpfen werden wir mal die optimale Breite einstellen und dann werdet ihr mal staunen, wie schnell das mit den Zahlen vorangeht. Klack, klack und ihr seht, das sind natürlich schon richtig große Zahlen und alles natürlich Fibonacci-Zahlen. Ihr seht, ich scrolle mal hier kurz wieder hoch. So einfach ist das. Ich klicke nochmal doppelt drauf. Im Prinzip nichts weiter getan als ein Gleichheitszeichen eingetragen. Und dann plus A1, also nee, Quatsch, A1 plus A2 und dann das Ganze runtergezogen. Alles als relative Bezüge, damit sich das halt entsprechend der Zellposition anpasst. Wer sich mit dem goldenen Schnitt schon mal befasst hat, der kennt vielleicht auch die Zahl, die daraus entsteht oder besser gesagt, die es dazu gibt. Und zwar können wir die jetzt aber auch selbst ausrechnen, weil ich sagte ja, diese Fibonacci-Zahlen, die stehen in einem sehr, sehr engen Zusammenhang dazu. Und zwar werde ich das einfach mal so machen. Ich nehme einfach mal, fangen wir mal hier an. Ich nehme diese Zelle, gebe ein Gleichheitszeichen ein und teile einfach diese Zelle. Also, ich klicke hier rauf. A2 wird eingetragen. Geteilt durch die Zahl da drüber. Zack, also A1. A2 geteilt durch A1. Wenn ich jetzt Enter drücke, kriegen wir zwar eine 1 raus, aber wenn ich das Ganze jetzt hier runterziehe, ich habe das jetzt mal ein bisschen breiter gemacht, und zwar auch über den Anfasser. Wir haben ja relative Bezüge, das heißt, das passt sich wieder automatisch der Zellposition an. Und wenn ich das Ganze jetzt hier runterziehe, dann werdet ihr sehen, die Zahl nähert sich dem goldenen Schnitt immer mehr an. Und hier momentan noch 2, 1, 5, 1, 6. Und jetzt kommen wir der Sache immer näher. Und hier unten seht ihr schon 1,6180 und so weiter. Hier auch noch nicht. Aber wenn wir jetzt noch weiter runterziehen das Ganze, dann stabilisiert sich das alles. Und ihr seht, wir kommen der Sache immer näher. Und hier haben wir genau die Zahl, die ihr auch wiederfinden würdet, wenn ihr mal nach dem goldenen Schnitt schauen würdet. Der Vollständigkeit halber werde ich das Ganze mal bis 100 runterziehen. Aber da wird sich der Wert jetzt natürlich jetzt hier schon gar nicht mehr geändert haben. Ihr seht, hier haben wir überall den gleichen Wert. Ihr habt gesehen, so einfach ist das. Ein sehr kurzes Tutorial. Aber wen das interessiert, hier mit den Fibonacci-Zahlen, der hat jetzt gesehen, wie einfach das ist, hier solche Zahlen darzustellen. Wer das hier noch ändern will mit der gleichen Anzahl an Nachkommastellen, der braucht hier nur einfach die Spalte markieren und kann jetzt hier zum Beispiel über die Dezimalzellen, äh, Dezimalzellen, das ist auch ein cooler Begriff, Dezimalstellen natürlich das Ganze anpassen. Das heißt, ich gehe einfach mal auf ein Plus-Symbol und dann nochmal, nochmal, nochmal und so weiter. Und dann haben wir überall die gleiche Anzahl an Nachkommastellen. Hätten wir natürlich auch einen Rechtsklick machen können. Das heißt, alles markieren, rechte Maustaste, dann Zellen formatieren. Und dann können wir selbst natürlich auch die Anzahl der Nachkommastellen entweder hier eintragen oder natürlich auch hier drüber. So, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020